In der siebenteiligen Stabübung zeige ich Ihnen, wie Sie die Strukturkräfte des Raumes in Ihr Körpergefühl integrieren und Ihre Haltung verbessern können. Der prinzipielle Ablauf ist so, dass man vom Herz aus nach unten spürt, zur Erde hinunter, mit den parallelen Armen in einem großen Bogen über den Kopf nach oben geht, dann mit den Armen in einem Viertelbogen in die Mitte kommt, den Stab nach rechts schwenkt, so dass er vertikal steht, in die Mitte zurück geht, nach links schwenkt, so dass der Stab vertikal steht. Noch einmal in die Mitte nach rechts, zurück nach oben, im Bogen wieder nach unten und zum Schluss zurück zum Herz. Sie werden mir zustimmen, dass ich oben und unten relativ verschieden aussehe. Auch vorne und hinten sehe ich doch noch recht verschieden aus. Und links und rechts, da meint man oft, sehen wir recht gleich aus. Aber geistig angeschaut oder vom Körperenergie angeschaut, sehen wir auch da recht verschieden. Wir sind von der rechten Seite anders gebildet und strukturiert oder haben andere Kräfte dort wirken als auf der linken Seite. Und in dieser Stabübung beschäftigen wir uns mit diesem Raum zwischen diesen beiden Seiten, in dem wir als Mensch uns vorwärts bewegen. Ich stelle mich hin und spüre die Breite meiner Schultern und nehme den Stab etwa in der Breite meiner Schultern. Fühle mit dem Körpergefühl die Verlängerung der Breite meiner Schultern nach unten und auch die Kanten der Füße fügen sich von innen in diese Breite hinein. An den Stellen in der Übung, wo der Stab nach unten und nach oben geht, da achten wir auf die Strömungen, die im Körper geschehen. Wenn ich nach unten ströme mit dem Stab und das innerlich begleite, ab einem bestimmten Punkt kann ich merken, das richtet mich ja auch auf. Dann, wenn ich aufströme in diesem Bogen, kann ich versuchen innerlich ganz entspannt zu sein. Und wenn mir das gelingt, merke ich, ich sinke ja innerlich nach unten und kriege eine gute Verbindung nach unten. Und kann sogar merken, dass im Gegenzug zu dem Runtersinken noch mal eine größere Höhe entstanden ist als vorhin. Und dann, wenn ich in die Mitte gehe, fängt eine andere Gesetzmäßigkeit an. Hier geht es jetzt darum, dass ich den Stab nach rechts schwenke und der Stab gerade bleibt. Es geht also nicht um Strömungen jetzt mehr, sondern um Ordnungskräfte, nach denen der Körper sich richtet. Und die Aufgabe ist, dass jetzt einmal der Stab in dieser Richtung vertikal ist, zwischen vorne und hinten vertikal ist, der Arm horizontal ist und der Rücken gerade ist und aufrecht. Das ist nicht so einfach, wie man meint, weil man den Stab gar nicht sehen kann, ob der so ist oder so, vorne oder zurück, ist aus meiner Perspektive gar nicht wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass mir der Körper gar nicht Informationen gibt, jetzt ist alles gerade und super, sondern der ächzt und stöhnt und sagt, das ist jetzt keine angenehme Haltung und der würde viel eher sagen, jetzt ist alles gerade, jetzt fühle ich mich wohl. Das heißt, Sie brauchen jetzt etwas, ein Bewusstsein, dass Sie im Stab spüren, jetzt ist der Stab gerade, obwohl Sie ihn nicht sehen und obwohl der Körper Ihnen gar nicht vermitteln kann, wann das der Fall ist. Am Anfang, beim Auf- und Abströmen, haben wir schon von dem Verwurzeln hinunter in die Erde gesprochen, wenn die Beine auch dort durchströmt werden. Aber wie ist es jetzt in dieser verdrehten Stellung? Reagieren dann die Beine auch mit dem Gefühl? Und wie ist es unten in den Füßen? Und wie ist die Lage? Steht man dann noch auf den Fersen? Ist man vorne? Welche Gleichgewichtslage stellt sich denn dann am natürlichsten ein? Und wenn man merkt, dass diese Verdrehübung auch meine Gleichgewichtslage beeinflusst, ohne dass ich sie extra eingenommen habe, sondern ich spüre den Stab, ich richte mich daran aus und auch meine Füße kommen in eine lebendige, vitale Gleichgewichtslage, dann hat man eigentlich das rhythmische Ideal erreicht. Ich bin an einer Stelle aktiv und auf einer anderen Stelle kann sich das, was als Urbild in mir, im Menschen drinnen ist, realisieren. In diesem Fall auch eine leichte und Auftriebskraft, die bis in die Füße wirkt. Und wenn Sie mit der Übung fertig sind und Sie kommen am Schluss an, und haben wirklich auch vielleicht was erlebt dabei, durch was Beobachtungen gemacht, dann lassen Sie nachher trotzdem los und machen noch eine kurze Pause, wo Sie auf das achten, was als Nachklang in Ihrem Körper erscheint. Denn der Körper schätzt das, wenn wir das auch wahrnehmen, was er erlebt und nicht nur das, was wir erleben. Und das offenbart er uns eben in dem Nachklang nach der Übung. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch eine Frage mitgeben. Die linke Seite, die Herzseite ist das Ziel. Und wenn es dann zurückgeht, wie kann dieser Weg eine Steigerung werden aus dem heraus, was vorher war? Und dieser Rückweg, wie kann der eine Steigerung werden gegenüber dem, was am Anfang war? Und der Weg nach unten, wie ist der eine Steigerung gegenüber, als wir ihn vorher in dieser Richtung durchschritten haben? Und der Weg nach unten, wie kann der eine Steigerung sein? Vielen Dank.